Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, die Brows. Ich bin mit David hier, was Malte jetzt sauen muss. Und wir wollen jetzt mal probieren, wie lange man braucht, 3000 Mets zu verbauen. Ich verbau meine 1500 und er verbaut seine. David schießt mich nicht an, will die Mets verbauen. Ich bin mit David. Ich auch. Ich bin mit David. Warte, ich hab noch 260 Mets. Ey, ich baue mich selber an. Junge, hör mal auf zu schießen. Ey. Ey. Ey, du ehrenloser. Du ehrenloser. Da hat er... Oder lass mal spielen. Nicht abschießen. Also... Aber wer länger überleben kann. Mach dein ganzes Inventar... Mach dein ganzes Inventar voller... Äh... Heal. Ich mach mein sauf voller Heal. Also n... Doch. Ich probier das jetzt. Ich nehm gar keine Waffen mit. Machst du das nicht? Ich hab nicht gesprayt. Ja, komm, Lobby. Hallo, kann ich Lobby. Ja, komm, Lobby. Hallo, kann ich Lobby. Äh... Ich glaub, ich bin jetzt... Mir fehlen noch 8000 XP bis Level... 100... Es... Man kann es schaffen. Also es ist nicht unmöglich. Null bauen oder mitbauen? Du und nicht auffällen. Okay, mach bereit. Ich mute mich kurz, okay? Ciao. Bye. gut bin wieder da wie lange spielst du auf dem maus und keeper schon ich spiele jetzt gerade auch auf maus und keyboard erlass mal wo wollen wir landen lassen wir hier landen woher kriegst die ganzen met so schnell der bus braucht auch zehn jahre bisher fehlt jetzt habe ich auch ich hab blankiert wo wir landen oder wo bist du landen ist okay hier 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 Okay. Woah Where is that? Ab ihn. Ab beide. Ich kann es sogar noch schaffen. Hast du Big Baba Bumbo Chest? Gut, hier sind keine Gegner mehr. Dann gucken. Ich guck jetzt, ob ich... Welcher Bumbo ist es denn? Ja, mit dem kann ich eigentlich schon gut spielen. Ein Stinkbund, der genauso stinkt wie du, oder? Wie mein Schorfen, meinst du stinkt? Meinst wie mein... Da muss ich mal furzen und dann riefen. Aber dafür brauchen ein Stinkbogen aus vorne. Nein, der muss nie lachen. Junge, darf ich nicht furzen, Alter? Wenn ich furze... Junge, wenn ich furzen muss, furzeig, Alter. Da kann mir die Lerde dann auch noch einen Verweis geben. Die sind mir egal. Wenn ich furzen muss, dann furzeig. Ja, vier Verweise, genau. Wenn ich furzen muss, dann furzeig. Auch wenn ich mir danach in die Hose kack. Hier. Ja, Junge. Ja, weiß ich noch. Scheiße. Wo ist dieser Charly-Perk? Will ich diesen neuen Perk haben? Ja, du erhältst keine Beine. Ehm, mit grün... Ey, ich bekomm, äh, Konditionen, wenn ich ging, na, mit äh, blauen oder gr... Äh, ich bekomm, äh, mehr Konditionen, wenn ich ging, na, äh, mit einer grauen oder grünen Waffe, äh, mit einer grauen oder grünen Waffe, Kill. Ich brauche eine graue oder grüne Waffe. Ja. Was? Hier steht, du erhältst... Hier steht, du erhältst Kondition bei Eliminierungen mit gewöhnlichen und ungewöhnlichen Waffen. Nein, ich hab eine blaue, eine epische, eine epische, eine blaue... Äh, eine blaue, eine epische, eine epische, eine blaue und, äh, Heal. War bei dir ein Gegner. Ist ein Schwein, ein Gegner. Ja. Ja, sagst du. Das kann man mit dem erst... So schnell könnte man noch nie ein Lame, äh, klappen. So schnell ist es. Und ich bin, die Mun. Es geht weg. Es geht. Hab ihn! Meinen Bogen spielst du! So einer bist du! Ein Bogen-Typ bist du! Oh! Ja, höre ich! Wenn du Mett brauchst, sagst du es! Ja! Was? Ja, macht keinen Spaß! Tschüss! Wie viele Dekosmash-Dinger sind hier! Ich muss... David, kommst du im Moment! Ich geh zu meiner Markierung! Nee, ich geh auch zu meiner Markierung! Ich hab einen! Oh-ha! Oh-ha! Hier ist er! Hinter dem Stein! Hier ist er! Hinter dem Stein! Hier ist er! habe ich habe einen weiß nicht ob das er war also holz bin ich zu ich habe das dick ist mensch also wenn sich irgendwo ein gegner ein kämpft und du weißt zu 100 prozent ist dann gegen das kann ich den easy clip hinter beiden hinter beiden baum hab ihn hier hinten ist ein dekosmash kommt hol dir den dekosmash ja ich öffne für dich ein dekosmash der one hittet jeden gegner mit dem dekosmash worden ist ja nein jetzt ist ein menschen hier ist noch einer weißt du gehen willst ja ok der one hittest du jeden gegner oder fast ja dann komm allein latsch ich da nicht hin hier für dich du musst das andere droppen David dropp dein dekosmash du musst dein dekosmash du mu- ja mach nach da hinten jetzt hol dein dekosmash jetzt hol dein dekosmash hast du hier ja ich glaube der green live oder bleibt stehen da bist du hier da bist du da bist du meins jetzt getauscht also ich hab 3000 mats ich bin komplett full aber ich konnte den nur holen dank mir warte ich guck ja das ist ein team aber wenn das ein team ist können wir die ja beide mit dekosmash gleichzeitig abschießen hier hier ja ja gut gut und schön die sneak machst du nikimiki ich hab ich hab brauche bluenleifern ganz vergessen hier hier die wird komm her hier hier liegt hier ich sehe wo die hier 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 abgeworfen ist wichtig ja ich auch nicht deshalb ganz normal so leute das war es mit dem ich hoffe es hat das gefallen und bis zum nächsten mal ciao